Wenn rohe Urgewalten aufeinandertreffen, kommt es zum Kampf der Titanen. Zwei riesige Grizzlybären kämpfen auf einer Wiese um die Vorherrschaft in der Paarungszeit. Fast unglaubliche 10 Minuten lassen die Tiere nicht voneinander ab, liefern sich eine Art Boxkampf oder Wrestlingfight. Denn diese Grizzlys sind alles andere als knuddelige Teddys. Es sind gewaltige Raubtiere. Immer wieder gehen sie mit Klauen und Reißszenen aufeinander los, verbeißen sich ineinander. Ein Kampf auf Leben und Tod. Alaska ist die Heimat der größten Grizzlybärenpopulation in den USA. Rund 50.000 Tiere leben in dieser ursprünglichen Wildnis. Am Ende gibt es einen Verlierer. Der Bär links im Bild hat den Kampf verloren, senkt den Kopf als Zeichen seiner Unterwerfung.